Norddeutscher Rundfunk 2021 Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance! Die Chance! Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Niklas Füllkrug. Füllkrug! Stark gemacht! Ja, könnte was werden. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht! Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Kiel. Das war eine knappe Kiste, gute Chance. Ja, da kam der Eckball gut rein und fast ist das Ding drin. Da kann er was draus machen. Gut durchgesetzt. Gefährlich! Das muss es sein! Super Tor! Und auch ein klasse Konter. Genauso macht man das. Genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie jetzt irgendwo ausgestellt. Jetzt Firmino. Glanzparade gehalten! Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. So richtig. Ah, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt... Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube das wird noch spannend. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020